Alphasteins echte Stimme Wie klingt Alphastein? Alphasteins Stimme ist sehr besonders. Sie klingt nicht so, als wäre es wirklich seine echte Stimme. Viele Leute denken, er würde einen Stimmverzerrer nutzen. Aber wenn das so wäre, dann könnte man den Stimmverzerrer rückgängig machen und würde seine Stimme hören. So wie er spricht, ist aber schon so, dass er, auch wenn es ein Stimmverzerrer wäre, seine Stimme trotzdem verstellt. Aber wenn das kein Stimmverzerrer ist, wie verstellt Alphastein seine Stimme überhaupt so krass? Ich glaube, er versucht so ähnlich wie ich, auch seine Stimme quäkiger klingen zu lassen und zieht das extrem durch. Ich weiß nicht, wie man das erklären kann, aber es ist auf jeden Fall gar nicht mal so anstrengend, wenn man es gut gelernt hat. Ich versuche mal, Alphasteins Stimme nachzumachen. Tests! Es ist gar nicht so schwer, wenn man das öfter versucht! Wenn ihr also einfach seine Stimme hören wollt, stellt euch vor, wie er klingen würde, wenn er seine Stimme nicht so quäken lässt. Abonniert! Tschüss!